hallo liebe zuschauer willkommen zu meinem neuen video heute habe ich mich getroffen mit zwei freunden in shahin hier links zu mir zu meiner rechten hier wir haben uns jetzt gerade kennengelernt bruder deine insta 360 ist ja direkt vor deiner nase siehst du überhaupt was wenn du fährst ja mehr brauche ich nicht wir haben uns heute spontan getroffen bisschen ausfahren an einem sonntag ich habe es geschafft wirklich und dann auch noch spontan ja voll ja keine ahnung wir wollten jetzt hier mal lang da hinten ist doch diese seitenstraße ja gerne ich habe auf youtube gesehen bei der neue der unfall nein der ist schon als repariert und meine schmerzen am nacken ich konnte ja meinen nacken also mein kopf einmal ein jahr lang nicht nach rechts drehen ich hatte das letztes jahr bevor ich mit dem co wir sind italien gefahren eine woche zwei wochen davor habe ich auch die kurve nicht bekommen auch ein kram rein nein ich habe ja ja ich habe auch immer noch nackenschmerzen diese nicht kurve ist irgendwie ja krass wir waren letztes jahr sind wir zum gardasee gefahren ja auch mit sturm und regeln hagel alles alles oder was ich kann und dann mit dem ding an ihre mit dem jahr ja 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 ich bin nur im sand rein gekommen auch nicht schnell aber trotzdem einmal rüber geflogen quasi genau wie ich ja 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 so ungefähr heftig nur meine kurve war eine kurve ne wir haben uns ja kennengelernt so in der werkstatt ja genau und seitdem das ist bestimmt auch wieder ein jahr her locker wenn ich sogar zu schrei glaube ich ja man haben wir uns gar nicht mehr gesehen und jetzt spontan hat man sich betroffen ja man ist stark wirklich wer gehört noch zu dir hinter dem ach so ist ja auch verbunden ja jetzt richtig ja ich bin auch da ich habe mich belauscht ich nehme dich auch mit aufs bild sehr schön wir müssen hier vorne links rein dann ist das direkt dahinter das bist du auf der anderen seite vom flughaus als auch einen ganz coolen blick das ist so ein chillort oder kann man rasen oder was kann man da machen ich habe mich eher so entspannt und chillort naja ich glaube ich war schon mal hier drauf ja kennt ihr korhan ja der ist der gruppe der berlinsee gestorben ist ja man dick ja du sagst es jetzt ich habe es jetzt erst erfahren heute also kurz vor losfahren habe ich anruf bekommen ich wundere mich ich schreibe ihm an ob du mitkommst ob er mitkommt er und da war nur ein strich bei whatsapp ja ja und dann dachte ich erst wieder mal im ausland oder so und dann ruft mich ein anderer kumpel an und meinte nee der ist verstorben sowie jetzt und weiß ich nicht ich habe jetzt auch nur gehört wer berlinsee irgendwie und an dem tag hat er mir noch geschrieben ob ich lust habe mitzukommen war er alleine er war anscheinend alleine ja schade schade aber nachrichten irgendwie kobe nicht bekommen gegen baum geprallt und an den folgenden verstorben wahrscheinlich aber als stürmer vermutungen er krass scheiße krieg sofort gänsehaut überall ja mann also ich habe es auch nur aus der gruppe gehört die hat das reingeschrieben und ich muss dir sagen ungelogen ich dachte du wärst das warum auch immer weiß ich nicht ja okay weil ich die kurve da nicht bekommen habe ja ich habe sogar ullasch gefragt der sind zeitungsbericht in der gruppe zu übrigens hier ist polizei leute polizei also hier ist nur 30er zone da stehen die denn wartet ja guck mal die stehen schon da unten dann lass mal umdrehen weil eigentlich könnte man hier gerade aus hinten rechts ich glaube aber darf man nicht durchfahren ich glaube hier darf man gar nicht fahren mit ist so eine landwirtschaftsstraße aber die sind alle hier immer hier fahren die auch mit also die ortsheimischen fahren ja auch immer lang als abkürzung deswegen jetzt ein rückwärtsgang wäre ganz gut ich bin zu klein alter ein wendekreis wie lkw voll auf volkan achso ja können wir machen dann können wir ein bisschen chillen und uns unterhalten genau ich bin mir jetzt vorgestern war ich mit ullasch unterwegs mit seiner harley oder wir waren am stehen potsdamer platz am quatschen auf einmal platz air drive einfach so nein ja ja krass so jetzt sind wir an der spinnerbrücke und wie man sieht ist es heute extrem voll alle nutzen das schöne wetter aus es ist sonntag perfekt sehr sehr schön